It's a me, Zelenkario. Schön, dass ihr dabei seid hier bei meinem Let's Play zu Super Mario World. Wir haben im letzten Part die Star World zu 100% abgeschlossen und nun sind wir als Belohnung in der Special World gelandet. Und hier, meine Freunde, ist Kill vom Allerfeinsten gefragt. Das erste Level direkt ist was ganz Besonderes, aber noch relativ einfach. Wir können hier die Ranken nehmen. Ich glaube, das weiß ich noch relativ auswendig. Können wir nicht nehmen? Können wir hier weiter? Ich habe Angst ein bisschen. Ey, da kommt man aber hoch. Das geht. Das... Okay, alles klar. Ja, jetzt ist gut. So, ich weiß gar nicht, wie das später noch werden soll. Dann nehmen wir halt mal das Ding hier. So, wie ein Noob. Mach mal's. Du, du, wie macht der Zug? Kario, Noob. Guck, kommen wir sowieso nicht hier hin. Gibt's doch nicht. Gut, dann gehe ich halt hier hin. Dann... Gibt's irgendwie auch ein Power-Up irgendwo? Eine Riesenranke, wa? Haben wir hier noch eine Ranke drin? Ne, eine Feder. Sehr schön. Die nehme ich danken entgegen. Komm her. So, und jetzt? Ist die Frage aller Fragen, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, hier so drauf, oder? Ja. Hier ist Feingefühl gefragt, was ich gerade irgendwie nicht habe. So. 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 Und jetzt können wir hier einfach runtergehen. Mach mal schön so, dass wir nicht getroffen werden. Dö, 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 dö. Ha. Oh, das war aber Glück. Mehr Glück als verstanden. Ja. Das jetzt so clever war, weiß ich nicht. Wow. Wieso hat er mich nicht getroffen, der Sack? Okay, wir leben noch. Das ist... Ja. 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 Erster Level. Genali. Geschafft. Und als Belohnung gibt es sogar noch ein Bonusspiel obendrauf. Mhm. Mario zeigt uns auch das freudige Peace-Zeichen. Dö, 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 dö. Jetzt habe ich schon wieder escape. Und das ist immer so total blöd. Ja. Hätten wir jetzt alle Sterne gehabt, wäre das schön gewesen. Wie viel gäbe es? Eins, zwei, drei. Ja, drei, vier, ne? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Hätten wir noch Sinks gehabt, dann wären das zwei mehr gewesen. Schade. Gut. Weiter geht's mit... Tubula. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich sehr gut. Ich erinnere mich sehr gut. Oh mein Gott. Hab ich hier gefailt? Ja. Nein. Jetzt schon. Warum? Warum? Hier ist so ein Dings drin. So ein P. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, haben wir den hier drin? Ja. Schön. Bock. Schwierig, der Level. Ihr seht schon, warum. Nein, wo ist das Nächste? Wo ist das Nächste? Kommt das noch? Kommt das noch? Oder hab ich jetzt schon verloren? Nein. Ja, sobald man sich treffen lässt, verliert Mario halt seine, ich nenne es mal, Gleitflugflieg-P-Vielen-Bolognese-Fähigkeit. Und dann ist er natürlich down. Ah, das ist böse, dieses Level. Wieso kommt das denn jetzt schon? Ich dachte, das kommt erst später. Nein. Okay, das war gut. Das war gut. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber es war nicht schlecht. Ja. Der Nächste war hier oben. Geil. Können wir hier so durch? Ja, ne? Können wir jetzt unten bleiben? Unten bleiben. Können wir unter der Brennerpflanze durch? Nein. So, ja. Ja. Nein. Ja, komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist hier das Nächste drin? Ist hier das Nächste drin? Gib her. Nein. Ziel. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Im zweiten Anlauf, meine Freunde. Wisst ihr, wie viele Leben ich früher in diesem Level gelassen habe? Das könnt ihr euch nicht ausmalen. 20? 30? Okay. Ja, so fühlt ich mich gerade. Way cool. Gespeichert haben wir. Sehr schön. Oh nein. Oh nein. Nicht der Kram. Ah, die übertreiben es hier in diesen Leveln. Die müssen wir denn aktivieren. Ich tue es einfach mal. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Ist auch wieder so eine reine Glückssache. Ist hier was drin? Power up. Ja, danke. Müssen wir den aktivieren. Ich tue es einfach. Keine Ahnung. Ja, 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 ja. Ich aktiviere einfach jeden, der mir in eine Quere kommt. Komm, 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 komm. Aktivieren, aktivieren. Ich tue es. Keine Ahnung. Ja, war richtig. Sonst wären wir wieder zurückgefahren. Tut, tut. Ja, natürlich. Oh Gott. What? Okay, rüber, rüber. Checkpoint? Mm-mm. Gibt es hier natürlich auch nicht. Wozu auch? Nicht, dass der... Ja, Yoshi. Hier noch einen Yoshi zu haben. Mhm. Nicht, dass der Spieler zu sehr belohnt wird. Gott. Ich mag diese Dinger nicht. Ja, war klar, war klar. Verdient. Ich lebe aber noch. Okay, wenn wir jetzt wieder irgendwie so ein Power up kriegen würden, wäre das echt goldig von dem Spiel. Aber wozu auch? Wozu? Jetzt, jetzt, jetzt. Komm, 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 komm. Wird überbewertet. Runter, 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 runter. Hoch. Und wieder runter, runter. Richtige Pixelarbeit. Ja. War es jetzt richtig? Hoch. Runter wäre richtig gewesen, ne? Ja. Und dann wäre wahrscheinlich das Ziel gewesen. Ey, guck, komm, Mann. Gott, ey. Ihr seid so blöd. Vor allem keine Checkpoints. Das ist eigentlich das mieseste hier. Dass es keine Checkpoints gibt. Ha. Richtig Mario Maker. Hardcore Style. Wie komme ich denn da jetzt eigentlich durch? So. Okay. Imi geklappt. Mehr Glück als Verstand, meine Freunde. Ganz klare Sache. Ganz klare Angelegenheit. Ja, jetzt wird es aber langweilig. Hier, komm. Ach, was will der Fuzzi denn? Im Beispiel noch aus. Blöp. Haha. Tö, 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 tö. Ich versuch mal. Tö, 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 tö. Wow. Geil. Sehr gut. Irgendwie ausgewichen. Hat geklappt. Gut. Jetzt den Treffer behalten. Also den Pils, wenn es geht. Ja, jetzt den Yoshi hierzu haben wir schön. Aber ich weiß gar nicht. Beendet man dann den Level nicht? Also ja, man beendet den Level, aber man schließt ihn ja nicht ab. Wisst ihr, was ich meine? Gut. Gut, gut, gut. Ich habe noch einen Treffer. Ich kann mir noch einen Treffer erlauben. Boah, ich darf hier nicht so weit runter. Jetzt. Jetzt wieder. Und rüber. Gut, gut, gut. Und jetzt wieder rüber. Sehr schön. Sehr schön, Kario. Sehr gut gemacht. Ich lobe mich einfach mal selber an dieser Stelle. Wow. Runter? Ja, war irgendwie richtig. Jetzt einfach mittig durch. Hä? Oder nicht mittig durch? Seht ihr rechts das Ziel? Seht ihr es? Schieße. Mann. Die Stelle ist böse. Was hätte ich noch machen müssen? Hätte ich wieder nach oben gemusst schnell? Oder am besten da einfach einen Treffer irgendwie. Also den Maxi-Pilz so lange behalten. Aber ich verstehe nicht, warum die mich gerade da getroffen haben. Vor allem so ein Level, das zieht sich einfach enorm. Da kann man einfach so durchrennen. Das geht. Das funktioniert. Ja, sorry. Sorry, wenn das gerade ein bisschen langweilig ist. Ja, das kommt davon, wenn man irgendwo daneben springt, dann hast du direkt verschnitzelt. Ah, scheiße. Dieser Level, der macht mich fertig. Way cool. Nee. Ja, hier soll man cool bleiben, weil es ist so lang, ne? Der Weg ist cool. Ja, nee. Man soll cool bleiben wohl eher. Yoshi wäre hier echt eine Hilfe. Oder voll ausgerüstet wäre gut, ey. Schön, zwei Capes. So, jetzt mal ein bisschen schneller hier sein. Und schön. Sehr geil. Und wieder hoch. Ja, der kann uns nichts. Aber komm, jetzt schaffen wir das, oder? Wenn ich das gesagt habe, schaffen wir das sowieso. Sowieso nicht. Entschuldigung. Aber gut, 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 gut. Wir haben noch unseren Treffer. Gut, 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 gut. Gut. Wie macht der Kariol gut. Rüber einfach. Runter war doch richtig, oder? Das gibt es doch nicht. Wieder so eine Pixelarbeit, ey. Diese ollen Fuzzis. Die nerven. Rüber. Ich versuche mich jetzt zu konzentrieren. Gelingt mir selten, aber ich bin stets bemüht, meine Freunde. Gut. Mit dich jetzt durch, oder was? Ich mache schon wieder den gleichen Fehler, ne? Ich muss da cool bleiben. Ich muss einfach unten bleiben, Mann. Lerne es doch, Kario. Lerne es einfach. Und danach hätte ich schon wieder rechts rüberspringen können. Hätte ich da noch den Pilz, mich dann trepfen lassen und dann einfach rüberspringen. Ja, aber dann behalte den Pilz mal. Ja, ich versuch's ja. Die muss gleich heulen. Ungefähr. Oh Gott. So, ja. Schön in Ruhe bleiben. Da muss man schön ruhig bleiben. Wenn man daneben springt, ihr habt's ja gesehen. Aus die Maus. Mario. Mickey Maus. Mhm. So. Was haben wir? Ist alles gar kein Problem hier. Ja, Checkpoints werden hier einfach wirklich Gold wert gewesen. Ich sag ja Mario Maker Style. Oh, nö. Alles nochmal von vorne. Das geht auch, wenn man da einmal das Schnitzel raus hat und funktioniert hat. Jetzt gehen wir in den Fragenzeichenblock springen und tot. Ja, toll. So, jetzt ganz weit runter. Geil. Geil, 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 geil. Schön behalten jetzt den Pilz. Schön behalten. Hoch. Hoch. Mit deiner dicken Hüfte hier Mario. Schön. Jetzt Daumen drücken, Leute. Oben bleiben. Ich denke. Ne, wieder oben bleiben. Wieder oben bleiben. Was auch immer ich jetzt hier gerade gemacht habe. Egal, 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 egal. Rüber, 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 rüber. Ziel. Ziel. Geil, geil. Yes. Drei Level haben wir abgeschossen, meine Freunde. Meine Schweißperlen. Laufen wir schon so den Rücken runter und ich gehe runter. Gut. Weiter geht's mit... Awesome. Oh mein Gott. Was ist denn hier so awesome? Ich? Nein. Aber den machen wir mal kaputt. So, du nährst uns nicht. Ach nein. Auch hier bin ich einige... Hier slidet man so... Ja. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, hier kommen auch immer dann so böse Fallen. Ja. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Okay, den... Wisst ihr was? Den ignorieren wir einfach mal hier. Das kann nicht mehr so... Was war das denn bitte? Wenn man das mal sehen würde. Ja. Ihr seht es ja. Umso peinlicher. So. Den locken wir erstmal. Schön. Ich glaube, die kommen immer jetzt hier, oder? War da nicht was? Ja. 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 Natürlich. Der Spieler soll ja nicht belohnt werden. Irgendwie mit einem Item. Dass das bis hierhin geschafft hat. Mhm. Gut. Hoch. Sehr schön. Ja. Ja. Nein. Nein. Jetzt sterb ich von so einem scheiß holen Ding, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ist doch gelogen. Da kommt die Shell von oben geflogen. So. Nerv nicht hier. Wow. Ich hau ab. Lass mich mal ruhig. Ich bin arzt. Komm. Mach dein Ding. Jawohl. Wenigens haben wir wieder ein extra Leben. Nicht, dass wir hier noch Game Over gehen. Aber wenn wir Game Over gehen, dann wisst ihr ja, ich wollte euch da nun mal den Game Over Screen zeigen. Ja. Ja. So. Und jetzt. Schnell sein. Dann können wir auch den Maxi-Pilz hier entgegennehmen. Gut. 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 Wir haben jetzt noch einen Treffer wieder. Gut. Sehr schön. Nein. 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 Man darf da nicht so weit vorbrennen. Sprachen. Springen hoch. Schön. Schön oben bleiben, wenn es geht. Ja. Genau so mache ich das. Genau so. Nein. Eine Feuerblume. Wieso? Ich habe die Feuerblume schon wieder verloren. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste aus. Den machen wir aber. Den Level schaffen wir. Mann, Freunde. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Nerv nicht. Ich treffe den einfach nicht. So eine Niete. Ja, das wusstet ihr aber schon vorher. Vielleicht gibt es ja da oben, wenn wir gleich schnell genug sind, einen Stern. Das ist ja natürlich geil. Wir probieren es mal. Wenn wir gleich wieder da vorne sind. Mann, ey. Ich wollte eigentlich nicht so oft failen. In dieser Special World. Aber es gehört nun mal dazu. Okay. Und jetzt? Nein. Wir machen jetzt mal folgendes. Aktivieren. Abwehrkräfte. So. Jetzt. Genau. Und jetzt ist hier vielleicht ein Stern. Sehr geil. Sehr gut. Und jetzt attacken. Hackengas. 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 Ja, ganz klar. Aber wäre doch gelacht, wenn wir es jetzt hier nicht schaffen, oder? Soll ich mal den Pilz da oben nehmen? Ja. Komm, ich nehme den mal. Da haben wir zumindest einen Treffer gut. Komm. Wirf. Werf. Ernsthaft? Wie so ein Ultrabob, oder? Wie so ein Ultrabob. Okay. Wir machen das jetzt mit dem P-Switch. Aber genauso wie gerade. Wir nehmen den mit. Hier kommen wir jetzt relativ zügig durch. Gut. So. Und jetzt. Jetzt. Hackengas hier, Mario. Hackengas. Wir wissen jetzt ungefähr, was auf den Zug kommt. Hier können wir nicht einfach rüber springen. Aber jetzt gleich wieder vor sich walten lassen. So. Und jetzt warten. 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 Wir haben wieder eine Menge extra Leben. Wir können auch einfach so draus springen, oder? Ich riskiere es jetzt mal nicht. Ja. Yes, Baby. Yes. Woo. Geil, oder? Wir haben die ersten vier Level, meine Freunde, von der Special World in diesem Part abgeschlossen. Aber es gab auch einige Fails. Also mein Fail-Counter steigt und steigt und steigt und steigt. Aber wir kommen noch relativ gut durch. Gut. Und im nächsten Part, meine Freunde, machen wir dann weiter mit Gooby, 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 Gooby. Mein Name ist Silinkario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde sagen. Denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick, meine Freunde. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.